so hallo und herzlich willkommen zur zweiten folge von minecraft würde ich sagen von der xbox von mir hören mit den guten michael und mir auch alias dayfork nämlich ja servus grüß und hallo weil das jetzt immer so eine standard begrüßung von dir was besonders einfallen lassen für unsere super zuschauer für unsere super zuschauer also die arme ja vorsicht das ist ja warte mal der könnten bogen fallen lassen den muss man nur mal kurz anhauen glaube ich ja der brennt da hat er hat er aber ein pfeil ok da fällt mir so spontan das lied burn mutterfucker burn ein von bloodhound gang burn mutterfucker burn denk an die karte ne das habe ich ja letztes mal auch schon ach ja genau die karte so warte mal da kann das ja wenn ich hätte da hättest du was anderes ja dann weiß ich nicht dann glaube ich werde ich ein bisschen aufgeschmissen du ja jetzt wenn man jetzt geht es ja noch kurz wie war das denn so gut heimatbasis saft so wir waren stehen geblieben also wir haben uns jetzt erstmal ein kleines häuschen gebaut am anfang sogar in der ersten folge schon hätte ich jetzt nicht gedacht dass wir so schnell was wieder bauen so ich habe ja hier unten schon mal ein bisschen weizen angebaut so micha ich würde sagen du gehst mal ein bisschen holz fahren noch wir machen hier das platt also das ganze holz weg wenn hier unser erstes häuschen rein stellen dass wir uns hier wunderbar ja ich habe gerade noch eine spinne gefunden meinst du die ich dezimiert hatte direkt dass wir schon mal ein bisschen faden haben so und ich werde jetzt hier noch ein paar schafe töten damit wir uns erstmal die ersten betten holen können so okay das war ein schwein aber ist ja auch egal nein ab da so eins wie viel habe ich denn jetzt wir haben jetzt zwei wir brauchen glaube ich sechs wolle für zwei betten genau so machen wir ein Stockbett Stockbett genau wer schläft oben wer schläft unten oh ich schlafe oben hehehe so ok weiter gehts ähm hmm da scharf mäh machst du nicht mehr lange mein Freund meck meck so wie werden sie jetzt denken zieht die doch bestimmt in den Gale Creek na es ist uns bewusst aber ich sag mal ich werde nachher nochmal dann eh speziell auf die Suche gehen wie viel habe ich denn jetzt ah ich brauche immer noch drei so Mist aber wir werden uns erstmal betten machen damit wir hier erstmal so weitestgehend überleben ja oh ich habe noch mehr Schafe das ist gut ja hier sieht das auch schon ganz gut aus ich hab äh oh was ist das die Bäume dezimiert ich hab ein Hühnchen gefunden das ist aber so ein schlechtes oben wenn wir Hühner finden ja äh ich hab einen Hund gefunden ein Hund ein Wolf meinst du so schlecht wenn du einen Knochen hast kannst du den zähmen ok ich glaub du brauchst der Xbox einen Erfolg wir stellen mal auch so ein zwei Fackeln vor die Haustür dass da dass wir da ein bisschen Ruhe haben sind dass da keine Mobs kommen ok also ich hab jetzt hier scharf technisch äh nichts großartig gefunden aber hier ist ein Oktopus ja äh lass uns noch schnell ein Aquarium bauen ja genau wir bauen ein Aquarium machen wir ein Haustier machen wir ein Haustier machen wir ein Haustier genau mit einsammeln und die pflanzen wir dann hier rundherum sozusagen ja hab ich natürlich hast du gar nicht da liegen noch welche ich glaub mal ich hab jetzt so ein bisschen unseren Eingang äh er hält er hält womit wir nicht mehr so ein Problem welche hohen Worte womit wir nicht mehr so vielleicht so ein Problem haben dass ähm Kühe gefunden Mops kommen ich hab zwei Wölfe gefunden und äh ganz viele Kühe Schwein hinten ist ein Schaf oder noch eine Kuh da ist ein Schaf hier sind ganz viele Wölfe ach so hier ich bin ich bin hier gerade mal auf den oh oh hier ist eines gestorben so auf unserem Hausberg sag ich jetzt mal geklettert und du seh hier das ist aber doch sehr viel Wald wo wir vor der Nase haben warte mal ich brauch jetzt noch einen und dann können wir unsere Betten schon mal bauen das ist schon mal gut danach fangen wir dann an erstmal Gehege wollen wir dann erstmal anfangen Gehege zu bauen oder wollen wir dann erstmal ein Häuschen bauen ich würde sagen du baust das Häuschen in 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 einem Berg ich würde mit dem Gehege vielleicht weitermachen okay dass wir schon mal eine zuverlässige Nahrungsquelle haben eine zuverlässige Nahrungsquelle ich hab doch da draußen Weizen angebaut ja hast du meinen Weizen nicht gesehen der braucht zwar ein bisschen eher wächst aber ich bin im richtigen ich bin im richtigen Leben kein Veganer oder Veganer Vegetarier also fange ich in Minecraft erst nicht damit an genau willst du keinen Apfel von mir direkt ein Statement setzen willst du keinen Apfel von mir der direkt vom Baum gefallen ist ja ich bin ja auch mein Apfel und lauter Setzlinge hier du kannst alles essen halleluja kannst du Rinde essen kannst du die Rinde essen oh Gott wo bin ich ach da alles klar also wenn du willst fang ich gleich schon mal ein Gehege an Zäune an zu bauen damit wir Kohle 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 ach da 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 läufst du ja das war ich nicht oh oh ne das war ein Wolf so wir haben jetzt wenn ich das richtig gesehen habe ich mach grad mal Fleisch weil ich hab ja ein bisschen was getötet wir können jetzt ja betten wie war das das achso ich muss ja an die die Werkbank so so ah ja warte können wir die Betten hier reinstellen erstmal ja gell ja ich würd ach jetzt weiß ich was mir noch fehlt Lücke fehlen nur noch dass ich ja ein so das müsste glaube ich erstmal reichen guck mal wohnlich gemacht oh schön zwischen den Steinen ich mach das noch romantisch schön romantisch oh 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 am besten auch für dich nochmal so immer eine Werkbank dabei haben was auch wichtig ist anstatt zum Beispiel Holz nimmst du auch noch Kohle meistens mit und Baumstämme ja weil aus Baumstämme kannst du ja noch Holz machen und als Holz kannst du Stickies machen und mit Holz und Kohle kannst du ja dann zum Beispiel ähm die ähm Fackeln setzen äh Funkeln machen so so sag mal ein paar Setzlinge ähm so wieviel ähm Nahrungsdinger hast du hier ähm ich bin voll ich bin voll nimm die mal mit also was jetzt die Nahrungsanzeige angeht mhm ja du bist voll doch richtig ja äh ach guck mal ich hab uns doch hier schon mal äh sehr schön Platz gemacht jetzt damit wir ein schönes Gehege ja willst du das direkt vor die Tür setzen weil hier hätte ich jetzt das Haus dann hingesetzt und das Gehege würde ich dann weiter hinsetzen ach so ja okay ne deswegen sag ich ja ähm wir sind doch eigentlich ganz gut mit unserem ah hallo Wolf oh cool warte mal den hole ich mir weil Wölfe ich weiß jetzt nicht was Wölfe bei Wölfen war ich glaub Wölfe waren Zombies die machen Zombies zum Beispiel tot okay aber wenn wenn du willst ähm wir können ja gerne das Haus noch hier hinsetzen quasi an den Berg ran ich glaub ich brauch mehr Knochen warte mal und dann machen dann mach ich hier so ein kleines Gehege für zwei drei Hühnchen verdammt ich brauch mehr Knochen ich glaub brauchst fünf Knochen für ein ne das würd ich jetzt nicht hier so hinsetzen oder ja so ein kleines für den Anfang oder was erstmal ja für 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 den Huhn für ein Schaf was wir grad finden so genau wir werden das dann einfach umsetzen mach einfach mal genau ja genau wir haben ja noch ein bisschen ach ein bisschen ist gut ich weiß was ich vergessen hatte zu bauen das war ein Tor Tor aber mit den Fackeln hast du auch nicht gespart ne wir müssen ja wissen wo wir wohnen ja ich ich wollte ja jetzt erstmal was wollte ich denn holen achso dann guck ich mal nach Hühnern weil ich hab hier vorhin irgendwo Hühner entdeckt da werd ich erstmal Hühner holen weil ich bin jetzt wieder voll ja wenn ich jetzt ein Hühnchen finde ist das schon mal ganz gut wow Creeper du weißt was wir letztes mal mit den Creepern hatten ja ich bin hier einfach an dem Baum ich hab gedacht das wär ein Baum stumpf und dann auf einmal dreht er sie um da kann der Creeper auch nix dafür nein ja der war halt unter den Bäumen geschützt aber beziehungs ach ne das stimmt ist ja egal eigentlich so Hühnchen 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 komm ja mal gucken ob wir da noch vielleicht eins, zwei, drei aber doch ist grün auch noch schön hier verbaut alles noch mal drei kleine Gehege ich hab da was mitgebracht es ist klein und nervt oh ein Hühnchen ja hab ich grad gefunden und hier oben und hier steht ne Kuh also hier ne such dir eins aus wie du willst hier nochmal los und holen noch eins ich brauch Knochen wenn du Knochen hast gib mir mal bitte ähm leider nicht leider nicht ach guck mal unser erster Weizen ist so sieht der Weizen aus wenn er fertig ist wie kann man ah dieses goldgelbe ok genau ähm da können wir jetzt auch schon ne Kuh Wotermann Hühnchen ja genau wo kann ich fragen wie kann man eine Kuh fangen ich seh ja hinten ist ein bisschen Zuckerrohr wenn das dann kannst du bei Zuckerrohr das wächst drei hoch ne das heißt ähm ok guck mal Mensch das sieht doch schon ganz gut aus heute hier ja ne ich hol jetzt nochmal hinten ne Kuh dann haben wir nämlich zwei und dann können wir die paaren da bräuchte man später dann noch ein größeres Gehege ja Creeper 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 und ein Zombie Hilfe Hilfe Achso ne ich brauch das Skelett Skelett sehr gut ein Skelett aber das Skelett oh da hinten ist ein Enderman das hat es ein Knochen fallen lassen dann gib mal bitte pass auf oh ich guck auf ja ich hab den Enderman grad im nichts ins Gesicht gucken ja oh oh der ist aggressiv so ja ich hab ich ich hab Knochen ich hab Knochen ich hab Knochen gib mal oder willst du ihn machen ne warte gib mir mal weil ich hab den ersten Knochen schon hingegeben ich weiß nicht ok passt ich hab ihn wenn du fünf Hunde zählst zum Beispiel dann kriegst du den Erfolg ok achso wir haben einen Hund oder einen Wolf je nachdem wie wir es jetzt nennen wollen das Hundi der blöde Enderman der geht mir auf den Keks der eiert hier die ganze Zeit rum ist wo grad die zweite Kuh ok komm oh der Enderman oh guck mal ein Blob oh ein Mini Blob komm komm ich hab uns hier auch ein bisschen Licht gemacht ich leuchte uns hier noch ein bisschen hallo 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 Kuh hallo hallo komm 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 noch ein Stück ja ich glaub das Gehege ist ein bisschen klein ach ähm ach sag doch passt schon ach so ey wieso haben wir hier so viele Blobs das ist richtig cool weil zum Beispiel bei unserer Welt auf dem auf dem Computer wo wir ähm ach viele Spinnen sag mal ich seh eine Spinne aber nicht ich werde sie benutzen nein ähm bei der zum Beispiel bei der Welt bei uns auf dem Computer ist es so dass wir übelst lange Blobs gesucht haben okay du brauchst noch mal einen Blitz du brauchst noch mal einen Blitz den brauchst du zum Beispiel um Seile zu machen und damit kannst du zum Beispiel Pferde und sowas anbinden okay dann ähm ja genau wir haben jetzt zwei Kühe ne können wir jetzt irgendwann mal die Kühe töten zwei Kühe, ein Hund und ööp ein Hühchen ein Ei ein Ei ein Hühchen und ein Ei okay warte mal vielleicht finde ich da noch einen Huhn ja Skeletts warte mal oh hätte ja sein können dass ein Eiffelchen rauskommt wo ist das blöde Skelett wo bist du denn so eigentlich waren hier Wölfe aber die sind alle weg die kommen ist irgendwas war der hier Schmeal komm her uh und dann merken wir werden nicht angucken nie nicht angucken nicht angucken nicht angucken nicht angucken ne ich suche gerade eigentlich noch ein Hühnchen Ich Значит Hast du das gehört? Ja. Ich weiß nicht. Okay, noch eine Kuh. Ich habe doch hier gerade überall Wölfe. Wo sind die hin? Ich will nämlich auch noch einen Hund haben. Noch einen Blub. Ja gut. Alter Schwede. Den habe ich natürlich nicht gehört. Ich hatte natürlich wieder Glück. Creeper oder was? Das hinter mir auf einmal ein Creeper war. Was hast du kaputt gemacht? Und ein Schü. Nix. Der wollte mich kaputt machen, aber hat es zum Glück nicht geschafft. Genau, ich wollte gerade sagen, er hat dich nicht kaputt gemacht. Nein, 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 nein. Zum Glück. Aber hat halt wieder ein schönes Loch fabriziert. Oh, noch ein Creeper. Was ich gerade mal wieder schüttelte. Hast du gerade gehört? Der Creeper hat gerade das Skelett kaputt gemacht. Guck mal. Der Enderman geht mir auf den Keks. Vorsicht, oben ist ein Skelett. Ja. So. Hast du das? Ja, habe ich. Das ist ja noch ein Riesenklub, ey. Ja, der Enderman, der ist, äh, der läuft ja ein bisschen rum. So, lass uns mal in die Hütte gehen und lass mal schlafen gehen. Ah, okay, ich sehe schon. Was hast du wieder kaputt gemacht? Ja, ich nicht. Ich bin schon wieder am Stopp. Ich nicht, sagt er. So. Ich will nochmal schnell alles leer machen. Und das, das sind die Knochennehmer mit. Ah, ich habe vier Fäden. Soll ich hier einen Bogen herstellen? Achso, warte mal, wir gehen erstmal schlafen. Dann mache ich hier einen Bogen. Ja, äh, ein bisschen Durst darf sein. So, Dala. Ähm, wie war das denn? Ich muss überlegen. Ja, bitteschön, Bogen. So, Bogen kommt dann da hin, da hin, da hin, da hin. Das kommt da hin. Guck mal, ich könnte Zuckerer machen. Nehm dir nicht einen Bogen, ne? Ne, ähm, Zuckerer brauchen wir. Auf jeden Fall später. Zuckerrohr komplett aufheben. Ja, super, danke. Ja. Warte, dann packe ich den uns mal hier. Boah, ich bin da. Zuckerrohr. Äh, äh, Zuckerrohr. Zuckerrohr. So. Ich habe ein bisschen, ja, ich bin da. Komm mal hier. Schleimball. Schleimball. So. Auch noch dazu packen. Pflastersteine. Pflastersteine. Komm auch. Kannst du mal gucken, ob das war jetzt. Ah, guck mal, ich habe was gefunden. Was schön. Jetzt haben wir doch fast alle Tiere. Äh. Lass das Skelett da brennen, komm. Zombie. Vor allem, ich sag, vor allem, ich sag, lass das Skelett da brennen. Geh hin und schlag's tot. So. Oh, war da ein, ein Creep haben Werk. Kannst du mal die Kuh töten? Sieht so aus, ne? Nee, kannst du mal die Kuh töten? Kuh, Kuh töten? Ja. Okay. Die hinter dir? Ja, die geht mir auf die... Ah, ja. Hallo, Schaf. Ja. Komm. Du musst hier mal weggehen, weil die sich, glaub, auf dich fixiert. Ja, ich erkunde mal hier noch so ein bisschen. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Der Baum nervvoll. Oh, oh, oh. Wenn ich das richtig seh, seh ich... Ist das ein Wolf? Ja. Warte, dann komm ich mal kurz zu dir. Oder ist das ein Hund?